Moin, mein Name ist Martin, wir spielen City of Gangsters, das ist ein Strategiespiel und zwar ein rundenbasiertes in den 1920er Jahren, zu Zeiten der Prohibition angesiedelt. Wir spielen in Chicago einen aufstrebenden Mafia-Boss und der muss sich darum kümmern, dass das Moonshine ordentlich verteilt wird, soll heißen. Wir bauen natürlich unseren Straßenblock aus, wir halten die Hand auf, denn wir wissen ja, Dinge können kaputt gehen und so ein Unternehmen finanziert sich nun mal nicht von alleine. Und ja, so kommt natürlich eins zum anderen und wir bekommen dann über, ich sag jetzt mal, Umwege besorgte Rohstoffe entsprechend Ressourcen, die wir in unseren Brauereien oder Destillerien letztendlich nutzen können, um das gute Nass letztendlich an das Volk zu verteilen und ich sag jetzt mal, in unserem Truck hin und her zu schaukeln, bis es letztendlich an den Verbraucher kommt. Natürlich geht es auch darum, Polizei zu bestechen und rivalisierenden Gangs auf die Schnauze zu geben. Macht an sich einen ziemlich guten Eindruck, spielt sich rund für mich, ist ein sehr, sehr komplexes Wirtschaftssystem hinter. Ich möchte nicht sagen, vergleichbar mit einem Port Royal oder mit einem Siedler, weil es doch eher rollenspielähnliche Charaktere hat und man natürlich sehr, sehr viel von A nach B selber verschiffen muss. An sich macht es aber unglaublich viel Laune. Die Charaktere können jeweils auch hochleveln. Man hat Straßenzüge, wo man sagen kann, okay, pass auf, der Cousin von Hasse nicht gesehen, der kümmert sich jetzt um diesen Straßenzug und da muss man natürlich hin und wieder mal vorbeigehen. Erstmal natürlich um Geld einzusammeln, aber auch um dafür zu sorgen, dass dann zum Beispiel Dinge laufen. Dass man sagt, okay, der und der braucht jetzt gerade mal 20 Dollar, damit er sich von einem Vandalismusanschlag erholen kann und dafür zahlt er dann im nächsten Monat natürlich, weil wir ihm den Gefallen getan haben, letztendlich auch wieder was zurück. Gefallen ist natürlich auch so eine Geschichte, die in diesem Spiel sehr, sehr, ich sag's mal, groß ist und natürlich auch irgendwo so ein Stück weit bestimmt, wie man letztendlich Druck auf andere ausüben kann. Das heißt, man hat bestimmte Gefallen gut, wenn man sich um die Probleme der Leute kümmert. Dann kann man zum Beispiel sagen, hey du, ich weiß, du handelst hier mit bestimmten Ressourcen, magst du mich nicht mal deinem Händler vorstellen? Und so lernt man natürlich Leute kennen, die am anderen Ende der Stadt sitzen und man kann nach und nach sein Handelsnetzwerk weiter ausbauen. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel und werde da jetzt auch noch ein paar Stunden reinstecken, denn ich habe nur an der Oberfläche gekratzt und das gefällt mir jetzt schon relativ gut. Preislich liegen wir da bei 30 Euro. Ich würde sagen, 30 Stunden in ein Strategiespiel zu stecken ist eher eine Untertreibung. Da solltet ihr definitiv, ich sag's mal, im Plus mit rauskommen, das heißt unter 1 Euro pro Stunde. Und ja, alles in allem, vielen lieben Dank an dieser Stelle fürs Dabeisein. Wenn ihr Fragen zum Spiel habt, gerne damit in die Kommentare. Wenn ihr das mal gerne im Stream sehen wollt, natürlich auch gerne in die Kommentare damit. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Dabeisein. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und wir sehen uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.